Die beiden Mönche und das Mädchen Zwei fromme Mönche pilgerten einst zum Jettavana-Hain, um den Lehren des Buddha zu lauschen. Beide waren noch jung, und ihre Gelübde waren ihnen heilig. Insbesondere die Gebote des Schweigens, des Mitgefühls und der Keuschheit nahmen sie sehr ernst. Sobald die Sonne aufging, rezitierten sie die Verse aus dem Heiligen Sutras und verbrachten anschließend viele Stunden in tiefer Meditation. Bis die Sonne im Zenit stand, schwiegen sie, und wann immer ihnen eine Frau auf dem Weg begegnete, wandten sie rasch die Augen ab. Eines Morgens, die Mönche hatten bereits ihre Rituale verrichtet, gelangten sie zur Furt eines großen Flusses. Der Fluss führte zwar Hochwasser, doch für einen kräftigen und nicht zu kleinen Mann war es immer noch ein leichtes, ihn an dieser Stelle zu überqueren. Zwar würde ihm das Wasser bis an die Brust reichen, aber es war nicht so reißend, als dass es ihn mit sich genommen hätte. Die beiden Mönche hatten schon weitaus schwierigere Gefahren auf ihrer Wanderung gemeistert. Als sie dem Fluss näher kamen, wurden sie eines jungen Mädchens in voller Blüte gewahr. Die Mönche wandten ihren Kopf von dem verführerischen Bild ab. Das Mädchen jedoch lief zu ihnen, zupfte an ihren Roben und sprach unter Tränen, »Liebe Brüder, helft mir! Meine Eltern sind gestorben, und die einzigen Verwandten, die ich noch habe, leben jenseits des Flusses. Könnt ihr mich auf den Schultern über den Fluss tragen?« Die Mönche sahen sich an. Sie sprachen kein Wort, denn es war noch Schweigezeit. Dann gingen sie wortlos weiter zum Fluss. Das Mädchen lief ihnen hinterher und flehte sie an, ihr zu helfen. Schon waren sie einige Schritte weit im Wasser, da sahen sich die Mönche nochmals an. Der eine schüttelte entschlossen den Kopf, der andere lächelte, schloss kurz die Augen, dann wandte er sich dem Mädchen zu und hob es auf seine Schultern. Unbeschadet erreichten sie das andere Ufer. Der Mönch, der das Mädchen getragen hatte, setzte sie ab und wandte sich sogleich um. Unter den Dankesbezeugungen der jungen Frau zogen die frommen Männer schweigend weiter, denn es waren noch zwei Stunden bis zum Mittag. Als schließlich die Sonne an ihrem höchsten Punkt am Firmament stand, endete die Schweigezeit, und der eine Mönch sprach zum anderen. »Höre, Bruder, was mir nicht aus dem Sinn geht. Was empfindest du, dass du diese junge Frau berührt hast? Und wie willst du es rechtfertigen, dass du das Gelübde gebrochen hast, keine Frau zu berühren?« Da lachte der andere und sprach, »Halt ein, Bruder. Ich habe das Mädchen nur kurz über den Fluss getragen, weil ich meinem mitfühlenden Herzen gefolgt bin. Das Einzige, was ich empfinde, ist Verbundenheit. Und während ich das Mädchen längst am anderen Ufer abgesetzt habe, trägst du sie immer noch mit dir herum.« Einzelne Hinton Einzelne Hinton Einzelne Hinton Einzelne Hinton Einzelne Hinton Inga acquiesce